Herzlich willkommen zur ersten Folge der Inside World Spirit Shots. Heute dreht sich alles um die Welt der Spiritusengläser. Professor Redl hat in den 70er, 80er Jahren die Glaswelt revolutioniert. So hat sein Know-how und sein Wissen auch in der Welt der Spiritusengläser Niederschlag gefunden. Er hat für die unterschiedlichsten Produkte von Cognac über Pernobst, über Steinobst, über Kernobst eigene Gläser kreiert. Da stellt sich die Frage, ist da auch ein bisschen Marketing dahinter oder gibt es ein Glas, das recht gut eigentlich alle Spiritusengläser auf der Welt abdeckt. Heute sind wir auf der Suche nach einem Glas, das wirklich geeignet ist, oder Gläser, die wirklich geeignet sind, diese Bereiche der Vielfalt der Spiritusengläser abzudecken. Fangen wir von vorne an. Wir unterscheiden zwischen Pirexglas, das ist Röhrenglas, und zwischen Kristallglas und Bleiglas. Bleikristallglas bzw. Kristallglas wird das Glas in solche Formen geblasen, entweder wirklich mundgeblasen oder maschinell mit Maschinen. Die Maschinen nehmen immer die gleiche Menge Glas und wird mit Pressluft dann das Glas eben geblasen. Eine weitere Möglichkeit ist das sogenannte Berexglas bzw. Röhrenglas. Es gibt Glaskünstler wie Alois Hechel, die spezialisiert sind und wirklich ausgezeichnete Gläser herstellen. Ich habe in den 90er Jahren mir gedacht, ich entwickle auch ein Glas und wollte wirklich versuchen, ein perfektes Glas für alle Spiritusengläser zu kreieren. Doch worum geht es eigentlich bei einem Spiritusenglas? Es geht um eine maximale Oberfläche des Inhaltes zum Sauerstoff, zur Luft. Dann geht es um eine maximale Verdichtung und um eine maximale Öffnung, damit einerseits die Alkoholschärfe nicht in der Nase stört und andererseits nicht das Produkt außerhalb des Glases verfliegt. So einfach ist das Ganze, aber offensichtlich doch nicht, sonst wären alle Gläser, die wir heute hier vor uns haben, perfekt. Beginnen wir ganz einfach mit dem Stamperl. Diese Gläser, wie sie hier vor mir sind, sind wirklich nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es wesentlich schönere Formen, elegantere Formen, ebenfalls in stabiler Ausführung, wie es eben diese Gläser sind. Dieser kann ich wirklich für Skihüten, für Buschenschanken empfehlen. Gehen wir in den königlichen Bereich, Cognac-Schwenker. Cognac-Schwenker ist ein absolutes No-Go. Stellen Sie sich vor, dieses Glas mit so viel Inhalt, da geht ein 8 Liter Alkohol hinein. Die Alkoholschärfe wäre zu intensiv in der Nase, wäre zu störend. Diese Gläser sind nicht mehr zeitgemäß. Dafür wurden Gläser in dieser Form entwickelt, die sich perfekt eignen, um Weinbrände zu genießen. Dann gibt es natürlich Cocktailgläser, Martini-Gläser, was auch immer. Aber es gibt auch bessere Gläser für solche Produkte. Wenn wir jetzt von maschinengefertigten Gläsern sprechen, beziehungsweise mundgeblasenen Gläsern, so hat der Laie im Grunde genommen es recht einfach herauszufinden, ob es maschinengefertigt oder mundgeblasen ist. Wenn der Stiel in diesem Bereich einen Absatz hat, dann ist es maschinengefertigt. Wenn der Übergang nahtlos ist, ist das Produkt oder ist das Glas mundgeblasen. Es gibt natürlich Ausgeburten unter Anführungszeichen von Gläsern, wie es zum Beispiel diese sind. Das ist eher ein Modell Blumentopf, das ist eher ein Modell Dachrinne. Auch das Handling ist sehr schlecht, ist nicht geeignet. Nur Glaskultur ist Liebe zum Glas, ist Liebe zum Inhalt. Jeder muss sich persönlich sein eigenes Urteil bieten, ob ein Glas gut oder schlecht ist. Diese Gläser haben eine Tulpenform, sind nicht optimal. Schauen Sie, wie hoch diese Gläser gezogen sind, die Glaskörper. Da muss der Inhalt schon ein Topprodukt mit mindestens 100 Punkten sein, damit es oben ankommt und in der Nase gerochen werden kann. Diese Gläser sind zu voluminös im Glaskörper. Aber jetzt gehen wir zu Gläsern, die wirklich perfekt sind. Zum Beispiel dieses kleine Whiskyglas hat einen Glaskörper, der recht gut geeignet ist für alle Spieldosen eigentlich. Wenn wir diese Gläser hernehmen, sind sie ebenfalls sehr, sehr gut. Sie sehen, der Durchmesser zum Riechen ist ziemlich gleich. Die Glaskörper vom Volumen her sind auch ziemlich gleich. Das sind Topgläser, die sehr, sehr zu empfehlen sind. Es ist Geschmackssache, ob Ihnen ein eckiges Glas oder ein rundliches Glas gefällt. Wichtig ist die Funktion des Glases. Wenn wir jetzt von der Funktion des Glases sprechen, können wir zum Beispiel dieses eckige Glas nehmen und dieses runde Glas. Nur, wie Sie sehen, dieses Glas ist ein bisschen kürzer, dieses Glas ist in den Proportionen ein bisschen schöner. Nur, der Glaskörper ist im Grunde genommen gleich. Ich glaube, das war der Vater und das ist der Stiefkind in der Familie. Sprich, dieses Glas wurde dem nachgemacht. Es hängt natürlich auch davon ab, welchen Alkohol Sie trinken wollen. Dieses Glas ist sicher perfekt für Edelbrände, für Destillate. Dieses Glas hingegen, Sie sehen es bei der Glasform, ist sicher sehr, sehr gut für zum Beispiel einen Cognac oder einen Weinbrand. Wesentlich mehr Volumen, wesentlich mehr Aromatik des Produktes. Wir haben vor einigen Jahren im Rahmen der World Spirits Academy einen Gläsertest durchgeführt. Und diese Produkte, die Sie vor mir in der ersten Reihe sehen, von der Firma V-Glas Design, von Eisch, von Spiegelau, von Rastal, sind wirklich ausgezeichnete Gläser, die wir sehr empfehlen können. Fazit. Ein Glas muss funktionieren. Ein Glas muss perfekt von Handling sein. Ein Glas muss dienen, dem Inhalt der Präsentation. Und was noch ist, Sie müssen mit dem Glas zufrieden sein und Spaß haben. Prost. Cheers. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits Shots.